fahrgutbehälter lokalisiere ja sind unten, wo sonst ich fahr mal zur Baustelle, was meine Drohne in der Bar ich fahr rein, ich fahr rein, ich fahr rein achso du bist auch schon drinnen gewesen ja, ich fahr zurück, ich fahr zurück ich fahr zurück, ich fahr zurück guck ruhig wen die sonst noch haben Jäger? Mute haben sie noch Puls wahrscheinlich auch wirklich, ja so zu sagen den Kessel den Kessel ist schon sorry mein Fehler ich komm auch nicht mehr rein die haben Church zugekasselt die Main Door ganz schnell Achtung Explosion Max, ich mach dir das so, ja ok auch schon durch, Kami, durch, 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 durch durch, durch, durch feindliche Art, Sicherung des Raumes einstellen mal, 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 hier ne, vor der Kiegel nein, ganz, 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 ah, fuck, die haben uns alle drei äh, welk mich dann auch noch drin die Bedrohung neutralisiert ist ach, das war ja mal herrlich war schön ja ich liebe Traces Tellerladung gut gut wie viel Bier hast du schon gesoffen äh, zwei, drei mal, Kamera mal, Cam nachdem oh, machen wir mal einen Merch da ja, hab ich schon einer war wohl Church gewesen, weil da war noch eine Cam, die ist jetzt weg ja, das war der Mute Magazin Wechsel Mal, ich geh Baustelle ich hab nur eh nur noch 21% geh du Merch okay, mal Éometry mal 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 tür richtung küche richtung küche richtung küche ich hab hier ein schild vor mir ja deswegen kann es aber drüber also ist es keine keine frost oder so ich habe einen gesehen links 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 ich muss rein ich habe überlebt Nein. Jawoll, Mann! Fuck you, Mann, Alter! Wie geil war das denn? Ganz stark, Mann. Ganz stark. Very nice. Mann, ich liebe dich. Max, dafür hast du noch nicht genug Bier drin. Nee, deswegen, aber das war... Two before, oder was war das gerade für eine Scheiße, Alter? What the fuck? Und ein Appetizer war auch dabei. Jep. Der soll mal die YouTube-Karteine verlegen und so. Fame und so. Haha, gerade die ersten Runde verloren. Wer macht Baustelle? Wer an der Baustelle? Ja, ich mach gleich Baustelle. Warte, ich mach ihn schon, ich bin schon da. Nein, das sind nicht so viele. Nein, nicht so viele. Rheiner, die so sind zwei oben, ne? Die Bände Richtung Garagentunnel muss auch. Garagentunnel? Mach ich. Mach ich. Ja, der Tunnel ist zum Garagentunnel. Ja, der Tunnel ist zum Garagentunnel. 10 Sekunden noch. Es bleiben 5 Sekunden. Die Gegner konnten den Bio-Gefahrbutbehälter nicht finden. Schacheldraht einzusetzen. Ja, ansonsten hier vorne, im Objective. Die Baustelle hinten ist zu, oder? Ja, wird mal gemacht. Ich hab dir ein bisschen aufgehalten bei der Baustelle. Keine Sorge mehr wegen der Granaten. AVS, platzierte Reifersatzverhalt. Ich hab dir ein bisschen aufgehalten bei der Baustelle. Auf dem Dach hier oben ist schon jemand. Stacheldraht wird aufgelegt. Stacheldraht wird aufgelegt. Also, dass man das gleiche hört. Achtung, Termite ist oben am Job. Hast du noch dein C4? Jaja, das hängt da. Oh ja. Südlich vom Trapper. Hibana. Läuft durch. Scheiße. Warte mal kurz auf mein C4. Oh, vorne ist aufgegangen, unten. Main Door. Ah, geil, hab ihn weggejagt, alter. Ich werde ausgedroht. Ich werde ausgedroht hier vorne, Haupteingang. Sag mal, wenn einer oben in der Küche ist, weil ich stehe hier so ein bisschen behindert. Jaja, ich hab meine... Bose, Bose. Haupteingang offen. Da war schon einer. Ja, ich weiß, ich guck, ich guck, ich guck. Ich mein ja nur. Smoke? Kamil, stehst du in der Bar oder im Flur? Bar? Okay. Alle, alle Hibanas zerschossen. Die ist irgendwo bei dir, Max, gell? Ja, ich hab... Bei mir haben sie gerade hinten ausgedroht. Ich hab einen bloß mit Giftgas bekommen. Also, ich hab den Houston hören. Ja, weil die Hibana hat hier schon gegen die Wand geschossen. Ja, dann willst du wahrscheinlich... Ja. Auf der Treppe, oder? Ja, Treppe. Haupttreppe, Haupttreppe. Oh fuck, da ist Glass. Habe ich? Ja, Glass ist noch da. Ja, ja. Die war nach oben, auf dem Flur. Zur Küche. Der Gegner versucht, aber nicht getrocknet. Ja, und das ist ein weiteres Zugriff auf den Bio-gefahrgutbehälter. Ah fuck, die hat mich. Fah, wah, wah, wah. Wah, wah. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. dadurch die wand geschossen hat weil die dann nicht da hinten in der ecke sein kann okay okay muss die vorkommen ok ist es so eingestellt dass man nicht mit den gleichen also die können ja irgendwie haben doch das stimmt stimmt ja stimmt kommt ich nehme mal ein fetscher mit warum nicht heute garage sind oder etwa doch nicht hätte sie nicht unten schlafzimmer lustig sehr schön der bio gefahrgut behälter wurde schlechter ich glaube ich sporn lade bennett geht runter passt auf passt auf sport wer ist ja scheiß hier ist mit club und die außen und hier nicht gemacht auch kommt wo du machst du doch das sind jetzt führen egal wo ist da was drauf ne ok bitte kurz jemand war geld ab dann kann ich mir auch ja 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 ich gehe rüber zu bose noch ein störseiner also drei störseiner schau mal kurz mit der wo sich die welt ist in der in der warte ansonsten ist da keine tritt welt welt nicht richtig nicht in allen weg haben wir noch views ja so weg 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 ist gefangen aber ich habe der letzte müsste von unten kommen ja ich sicher jungs stark na gut dann kommt der otz ja noch pünktlich ins bett wir wollten nur nett sein sagen wir gehen auch schlafzimmer ja wir haben wir haben gewonnen ich würde sagen war oder schlafzimmer schon gut okay wir haben viermal c4 perfekt ich puls einfach nur die dropper ab immer wenn einer drunter steht zündet jemand anders c4 ja das ist doch auch die gefahr ich mache mit batterie weil die außenwände wäre auch ziemlich neig wenn wir da noch einen hätten weil die im raum gehen sowieso auf die außenwände sind halt wichtig ja genau schießt die fenster auf so dass man das besser hört 10 sekunden ich habe vier drohen eines weggefahren 5 sekunden das badezimmer verstärkt ist verstärkt ja die gegner haben den bion gefahrgut behälter nicht gefunden sie versuchten während des angriffs aufzuspüren ich werde ein bisschen gekämpft ich habe einen job aufgemacht ich wollte mal ein puls sensor raushalten aber auch wenn es nicht hier geprüppelt für die seinsicht vordach gerufen werden schätze das gerät ist aktiviert ok das war die vordere wand die hauptwand die stehen auf dem dach bei der garage auf alle fälle eine gerade getecht ich gehe gerade in die garage rein die planer macht auf was für die wand die außenwand wird wahrscheinlich sein ok bei mir hier geht auch auf ich setze den sensor ein direkt hier steht einer 2 ok wir wissen dass ich hier bin kommt zurück gibt es nur auf die treppe oder so oi 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 wir lassen 7 weil das ist doch nicht weg die haben Jockey gut regieren steht da noch einer auf dem dach was das eine minute leute einfach überleben jetzt max hier oben auf dem dach von dem raum sind das richtung der helter aufgespürt ich gehe wieder er ist bisher ruhig gegenüberliegen das darfst du immer noch wir haben ihre versuche die behälter zu sichern am loch draußen durch den smog scheiß bleiben begegner ich sehe den ich weil der liegt unter dem fenster direkt am bett linke seite das war mal ein fressbrett oder das war geil und michelle safe call jules safe call scheiße damn scheiße damn scheiße damn scheiße